Hallo und herzlich Willkommen bei Gartenzeile. Wir sind zurück mit einem neuen kleinen Praxistest. Wir haben den neuen Gardena Ecoline Viereckregner für euch getestet. Viel Spaß bei diesem Video. Doch starten wir von vorne. Wir haben hier ein Produkt aus der Ecoline, die Gardena in diesem Jahr vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um Produkte, die aus recyceltem Plastik oder recyceltem Material hergestellt wurden. Zusätzlich ist die Verpackung zu 100% aus recyceltem Material. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Viereckregner, der das Wasser recht quadratisch bzw. rechteckig verteilen soll. Somit eignet er sich am besten für gleiche Grundstücke. Wenn ich ein sehr rundes Grundstück habe, würde ich nicht unbedingt zu diesem Rasensprenger greifen. Er kann sowohl einseitig als auch beidseitig verwendet werden. Das gucken wir uns aber später nochmal an. An der Seite hat er einen Einsatz mit einem Filter, so dass gegebenenfalls Schmutz hier auch entnommen werden kann. Den Filter kann man herausnehmen und so ganz einfach reinigen, so dass man lange was davon hat. Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wir haben bereits ein Video gemacht mit anderen Produkten aus der Ecoline von Gardena. Hier sehen wir nochmal die Produkte und das Video verlinke ich euch noch einmal. Die Frage ist natürlich immer, ist es nachhaltig, wenn das Material nachhaltig ist oder wenn das Produkt besonders lange hält. Bei diesem Rasensprenger handelt es sich meiner Meinung nach um eine Neuauflage von dem beliebten Gardena Classic Viereckregner Polo 220. Dieser ist ein wirklicher Klassiker aus dem Gardena Sortiment und hat immer durch seine hohe Haltbarkeit bestochen. Daher finde ich, dass hier das Thema schon durchaus gegeben ist. Aber schauen wir uns einmal an, was dieser Rasensprenger wirklich kann. Also einmal das Wasser angeschlossen an der Seite und Wassermarsch. Schon geht's los. Über die Regler an der Seite kann man die Winkel einstellen, wie weit nach vorne oder hinten der Rasensprenger den sprengen soll. Ich kann auch jeweils nur zur vorderen oder zur hinteren Seite sprengen lassen. Über den Wasserdruck selbst kann ich dann die Beregnungsfläche ebenfalls nochmal einstellen. Denn die Höhe und der Winkel ist jeweils einmal über den Wasserdruck als auch über die Regler einzustellen. Insgesamt soll eine Fläche von 90 bis 220 Quadratmeter dabei mit Wasser versorgt werden. In der Tiefe, die ich auch noch einstellen kann, habe ich eine Bandbreite von 17 bis 7 Meter, die ich einstellen kann über dem Wasserdruck. Die Breite ist fest mit 13 Meter angegeben bei vollem Wasserdruck. Der Rasensprenger soll UV-beständig sein und frostsicher. Gardena gibt hier eine fünfjährige Garantie. Wir werden diesen Rasensprenger etwas im Einsatz behalten und euch auch mal auf den Laufenden halten, ob dies ein nachhaltiges Produkt ist, weil er lange hält, oder ob es einfach nur Greenwashing ist. Kommen wir schon zu meinem kurzen Fazit. Mir gefällt dieser Rasensprenger wirklich gut. Das Design erinnert mich irgendwie schon an meine Kindheit. Da bin ich schon als Kind durchgelaufen. Ich finde das irgendwie ganz schön, diesen an einer Neuauflage in der Eco-Line mit wieder auf den Markt zu bringen aus recycelt Material. Ob das wirklich sein muss, könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren erzählen, wie eure Meinung dazu ist. Insgesamt finde ich das Produkt aber gut. Es ist seit Jahrzehnten bewährt und bekommt daher von uns auch einen Daumen nach oben. Es ist jetzt keine spektakuläre Neuheit. Es ist einfach nur recyceltes Material, eine umweltfreundliche Verpackung und er macht einen grünen Eindruck, obwohl er nicht grün ist. Wie steht ihr zu dem Thema? Lasst uns doch gerne einfach dazu mal einen Kommentar da und dann bedanke ich mich fürs Schauen des Videos. Sofern noch nicht passiert, lasst uns gerne ein Abo da und aktiviert am besten auch gleich die Glocke, dann verpasst ihr keins der neuen Videos. Hier auch noch ein Video für euch, das ebenfalls interessant sein könnte. Falls ihr ein Freund des schriftlichen Wortes seid und euch generell für das Thema Garten interessiert, beachtet auch unsere Website unter www.gartenseile.de. Bis zum nächsten Mal.